Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK Sprechstunde. Das Thema heute ist Bluthochdruck und hierzu haben wir einen Experten eingeladen, das ist Herr Professor Hausberg. Er ist Direktor der Medizinischen Klinik 1 im städtischen Klinikum Schwerpunkt Nieren- und Hochdruckerkrankungen. Herr Hausberg, Hochdruck. Definiert ist das mit dem Wert 140 zu 90 und darüber hinaus. Was gibt es da für Symptome? Was haben die Menschen mit erhöhtem Blutdruck? Leider haben die meisten Patienten viel zu spät Symptome und zunächst überhaupt keine Symptome. Und wenn dann tatsächlich ein hypertensiver Notfall eintritt, dann gibt es Symptome. Diese Symptome sind Sehstörungen, die Symptome sind Schwindel, die sind Übelkeit, die sind Luftnot, sind Druck in der Brust, auch Herzschmerzen. Das sind Symptome, die hinweisen auf einen Notfall durch zu hohen Blutdruck. Ansonsten leider eine sehr, sehr wenig symptomatische Erkrankung. Es gibt Menschen, die über nächtliche Kopfschmerzen tragen, auch tagsüber Kopfschmerzen tragen, da muss man daran denken. Schwindel ist ein sehr unspezifisches Symptom, kann man auch daran denken. Es gibt Patienten, die über Tinnitus klagen, auch das kann ein Symptom sein, aber leider sehr unspezifisch. Insofern merken es leider die meisten Patienten viel zu spät. Welche Ursachen gibt es für einen Hochdruck? 90% der Patienten gelten als nicht spezifisch erklärbare und behandelbare Hypertonie. Und bei etwa 10% findet man tatsächlich Ursachen. Eine Hormonstörung, die meist die Nebennieren betrifft, dass zu viele Hormone ausgestürzt werden, die den Blutdruck erhöhen. Unterscheiden sich die Ursachen bei jungen Menschen mehr als von alten? Ja, bei jungen Patienten habe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass ich eine spezifische Ursache finde, die ich behandeln kann, weil normalerweise haben junge Patienten wesentlich weniger häufig Bluthochdruck als ältere Patienten. Man kann sagen, im Alter von 50 hat jeder zweite Bluthochdruck in Deutschland und im Alter von über 70 haben zwei zu drei oder drei von vier Bluthochdruck. Und wenn einer im Alter von 30 Jahren schon Bluthochdruck hat, dann hat er doch eine 20-prozentige, vielleicht auch 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man eine spezifische Ursache findet. Nun haben wir den Bluthochdruck festgestellt. Was kann ich dann dagegen tun? Wie gesagt, dann ist es die Kombination von Allgemeinmaßnahmen, also gesunder Lebensstil und auch in vielen Fällen, in meisten Fällen eine medikamentöse Therapie. Und da gibt es verschiedene Substanzklassen, die sich auch für den jahrzehntelangen Gebrauch bewährt haben. Und die werden nach den neuen Leitlinien auch dann meist primär kombiniert. Man gibt also in niedriger Dosis zwei verschiedene Substanzklassen zusammen, am besten in einer Kombinationstablette. Da gab es ja früher immer die Geschichte mit dem Stresshormon und dem Beta-Blocker. Macht man das noch? Der Beta-Blocker ist tatsächlich zur Bluthochdruckbehandlung relativ out, außer bei den wenigen Patienten, die Stress haben. Wer allerdings einen Beta-Blocker braucht, ist ein Patient, der es am Herzen hat. Also wer schon mal einen Herzinfarkt hatte oder wer eine Herzschwäche hat, der sollte den Beta-Blocker auf jeden Fall nehmen. Aber wer das alles nicht hat, wer ein gesundes Herz hat, der sollte vorzugsweise andere Medikamente nehmen um den Blutdruck zu senken. Welche Substanzen sind denn so geläufig in der Hochdrucktherapie? Geläufig sind Substanzen, die sein körpereigenes Hormonsystem blockieren, also die damit interferieren. Das zweite sind gefäßerweiternde Substanzen, die so einen Kalziumkanal blockern, die auch sehr geläufig sind. Und die dritte sehr gut wirksame Substanzklasse sind die Medikamente, die Salz und Wasser ausscheiden, also die Diuretiker. Nun gibt es ja Patienten, die dann sagen, jetzt habe ich mein Medikament eingenommen und jetzt ist mein Blutdruck ganz niedrig und jetzt geht es mir schlecht und mir ist ganz schwindelig. War dann die Indikation richtig, dieses Medikament denen zu geben oder was ist passiert? Das ist immer noch richtig, aber das ist in der Tat so. In der Einstellungsphase, wenn der Blutdruck dann gesenkt wird, dann geht es vielen Patienten erst mal schlechter, weil der Körper halt sich an einen zu hohen Sollwert gewöhnt hat. Das heißt, man muss dann auf den normalen, richtigen Sollwert runterkommen und in dieser Phase, das kann einige Wochen dauern, geht es einem subjektiv schlechter. Da muss der Patient aber durch, um schlimmere Schäden zu verhindern. Also muss der Patient auch Geduld mit sich selbst haben? Ja, auf jeden Fall. Und muss er weiter seinen Blutdruck kontrollieren? Das muss er. Und protokollieren? So ist es. Wie ist denn der Wert der Langzeitblutdruckmessung? Der Wert der Langzeitblutdruckmessung ist sehr hoch. Mit der Langzeitblutdruckmessung habe ich zwei Vorteile. Ich kann den Blutdruck tags und nachts, vor allen Dingen nachts, wenn man schläft, messen. Ich weiß also, wie er nachts ist. Und das Zweite ist, ich messe den Blutdruck zu Zeitpunkten, die der Patient nicht selbst bestimmt, sondern das Gerät misst einfach automatisch. Ich brauche also den Langzeitblutdruckmessung zur Therapiekontrolle, wenn ich den Verdacht habe, dass er nachts besonders hoch ist und wenn ich den Verdacht habe, dass der Patient nur beim Arzt hohen Blutdruck hat und sonst normalen Blutdruck hat oder das umgekehrte der Fall ist. Nun, wenn ich diese ganzen Maßnahmen erwäge und sie mache, lebe ich dann länger? Ja. Also durch die Blutdrucksenkung kann ich das Leben erheblich verlängern. Also ich kann die Sterblichkeit deutlich reduzieren. Ich gewinne Lebensjahre und vor allen Dingen Lebensjahre mit hoher Lebensqualität. Vielen Dank, Herr Professor Hausberg. Das war sehr interessant, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie sehen, es ist wichtig, Hochdruck zu behandeln. Es ist wichtig, konsequent diese Therapie fortzuführen. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.